Wir sind die Muppets! Hallo! Und das sind unsere größten Fans! Ja! Freust du dich auf unseren Trip nach L.A.? Da kommt jemand. Entschuldigung. Ach du grüne Leune. Disney präsentiert. Weißt du, die Muppets sind so talentiert. Seht mal, Furzschuhe. Zum Patent angemeldet. Das größte Ereignis, das Hollywood je erlebt hat. Das Muppetspektakel. Das ist so super. Es gibt nur ein Problem. Ganz ehrlich, ihr seid leider nicht mehr berühmt. Oh Mann, das war ganz schön ehrlich. Lasst uns mit erhobenem Kopf durch diese Tür nach draußen gehen. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Komm, gehen wir leider zu. Bist du einer von den Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja, bin ich. Auf Welttournee gehen. Reisen wir per Landkarte. Auf nach Paris! Schritt 2, die Show proben. Ich habe schon ein Duett im Programm mit meinem neuen Tanzpartner. Hola! Versuchen wir gleich nochmal die Hebefigur. Ach, immer wieder die Hebefigur. Diesmal auf mein Zeichen, okay? In 3, 2... Schritt 3. Ich glaube an dich und dich und dich. An uns alle. Oh. Und jetzt die singenden Hühner. Freuen Sie sich auf den einfühlsamsten... ...freinsinnigsten... Macht euch bereit für Kopfbowling! Was? Nein, ich will das nicht! ...gastarüberfülltesten... ...und kultiviertesten... Muppet-Film aller Zeiten. Wirklich aller. Setzt euch! Danke! Ich stehe ganz gern. Echt bequem. Ist der Film in 3D? Nö, die Muppets sind so eindimensional wie eh und je. Hey, pass bloß auf! Jason Siegel, Amy Adams, Kermit der Frosch, Miss Piggy und mit dabei der neueste Muppet, Walter. Ja! Und die Muppets. Ja! Waka, waka! Du wurdest ausgetauscht! Ach, na! Was ist das da drüben? Oh, was? Die Muppets. Film sehen! Film sehen! Wollt ihr den sehen? Ah! Ha, 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 ha!